Zur Vorstellung von sechs Nachzuchten, die ersten beiden sind bereits im Ring und als erstes möchte ich mich im Namen der ganzen Willarbeiterschaft, der Kollegen von Mastermind, für alle Beschicker, für bei allen Beschickern, bei allen Züchtern und natürlich für das ganze Team im Stall, für die hervorragende Arbeit bedanken. Und ich denke, wir werden gleich sehen, dass wir hervorragend herausgebrachte Nachzuchten hier zu sehen bekommen. Vielen Dank dafür. Sehr geehrte Damen und Herren, wir fangen an, diesmal mit Z, wie Zinfandel. Zinfandel steht letztendlich wie die berühmte Rebsorte für einen exzellenten Rotwein, so meinen wir für potenzielle exzellente Kühe in den nächsten Jahren. Ebenso wie der Rotwein kommt Zinfandel aus Kalifornien. Dort wurde er auf dem Zuchtbetrieb Oceanview angekauft und heute steht er bei Hockey Breeders in Iowa. Zinfandel selbst ist ein korrekter und beeindruckender Bulle und produziert inzwischen auch schon wieder Sperma. Sein Vater ist alter Gene Merchant, ein Bulle, der nicht zu häufig als Bullenvater eingesetzt wurde. Seine Mutter ist die bekannte X95Q Oceanview Mendel Zandra, die in drei Daktationen ca. 13.000 Kilogramm im Durchschnitt gemolken hat. Davor kommt eine X1092 Sensation, die ebenfalls fünf Daktationen gemolken hat und eine exzellente Valerie und eine 91 Punkte Elevation. Somit eine sehr interessante Kuhfamilie. Zinfandel ist der Halbbruder des Dörrensohnes Zenit, der inzwischen eine hohe Sicherheit hat und auch der Kuh Dörrenzandra, die ebenfalls ex ist. Neben Zinfandel haben wir mit Best Sansibar, mit Derryzahn und Outside Own weitere Bullen aus dieser Kuhfamilie getestet. Sein erster Leistungszucht wird basierend auf 48 Töchter, hat uns sehr positiv überrascht mit 1883 Kilogramm Milch, 32 Kilogramm Fett und 44 Kilogramm Eiweiß.